So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin der Zouwarok und wir haben eine kleine Aufgabe zu machen. Wir müssen nochmal mit dem Ältesten schnacken, mit dem Alten auf jeden Fall. Mit dem sollen wir nochmal eine Runde sappeln. Und das werden wir machen. Wir werden mal zu seinem Versteck fahren. Äh, fahren. Wir fahren. Ha, wir reiten. Wir reiten da mal hin. Und ich bin auch viel zu weit. Super, das fängt ja toll an. So, nochmal zurück. Das muss doch irgendwo hier sein. Da vorne ist es. Um die Ecke. Da müssen wir hin. So, runter vom Streitrost. Die Zuflucht. Da sollen wir nämlich rein. Und wir sollten mit dem Ältesten nochmal eine Runde schnacken. Mit den Propheten. Den Propheten. So. Es lädt, es lädt, es lädt. Ich weiß nicht, im Moment ist das ein bisschen lange mit Laden. Aber, naja, gut. Ich meine, man könnte das ja rausschneiden. So, ach, wir sind drin. Da sind wir. So. Der Prophet. Wo ist denn der? Wir toben da mal runter zu ihm. Da ist er nämlich. Hallo, mein Prophet. Der Prophet. Ihr seid zurück. Was habt ihr gefunden? Ähm, die Kultisten benutzen solche Kugeln, um miteinander zu kommunizieren. Ich habe mit Abnur-Tan gesprochen. Abnur-Tan zeigt wieder sein Gesicht. Ich habe das Gefühl, er könnte bei den kommenden Ereignissen womöglich eine größere Rolle spielen. Doch ich weiß nicht, welche. Lass die Kugel bei mir. Ich sollte in der Lage sein, Zeissachan aufzuspüren. Alles klar. Viel Glück damit. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Wir müssen reden, Fräulein. Okay. Wir müssen reden, Lyriss. Wir reden. Ich habe euch und den Propheten über Abnur-Tan sprechen hören. Ja, warum verabscheut ihr Tan so sehr? Warum verabscheut ihn so sehr? Hat der Prophet euch nicht die Geschichte von den fünf Gefährten erzählt? Na gut, aber er hat mir eine Vision von ihnen gezeigt. Aber ich würde gerne eure Gedanken dazu erfahren. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Es gibt so viel zu erzählen. Doch, fangen wir doch mal von vorne an. Wie ist das mit den fünf Gefährten? Wir wurden von Kasavaren auserwählt, uns ihm bei der Suche nach einem verlorenen Artefakt, dem Amulett der Könige, anzuschließen. Die fünf bestanden aus Waren, mir, einem Rotwardonen namens Zeissachan, Abnur-Tan und dem Verräter Manimarko. Aha. Erzähl mir mehr über Manimarko. Ich meine, den haben wir viel gehört. Erzähl mir von Abnur-Tan. Abnur-Tan ist der Großkanzler des Ältestenrats und der Hauptberater seiner Tochter. Der kaiserlichen Regentin. Außerdem ist der Manimarkos Speichellecker. Okay, was für ein Typ. Also Tarn scheint nicht allzu glücklich darüber zu sein, für den Wurmkult zu arbeiten. Tarns Treue gilt vor allem seiner Familie und dem Kaiserreich. Er ist ein skrupelloser Bastard, wenn es darum geht, diese zu beschützen. Der Wurmkult hingegen hat offensichtlich ganz andere Loyalitäten. Tarn würde ihm niemals vertrauen. Aber er ist ein zu großer Feigling, um sie zu verraten. Tja, da fehlt ein bisschen so der Mumm in die Knochen, ne? Was ist denn, wenn er einen Vorteil darauf ziehen würde? Dann vielleicht. Aber was könnten wir ihm schon anbieten? Er hat doch schon mehr Gold als die Götter selbst. Na, dann ziehen wir mehr von den fünf Gefährten. Wir wurden von Kasavaren auserwählt, sonst ihm bei der Suche nach einem verlorenen Artenfakt. Ich habe das Erste genug. Mach das mal. Super. Du hältst dein Auge hin. Das ist doch perfekt. So, wir können hier raus. Wir haben alles gesehen. Haben wir auch das Bücherregel durchgeschickt? Ich glaube schon, ja. Ja, haben wir. Super. So, wir können raus. Und, ähm, erst mal raus an die frische Luft. Auf Schattenjagd. Errungenschaft freigeschaltet. Ey, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Wie cool ist denn sowas? So, Glendumbra wartet auf uns. Und wir haben noch eine Quest über. Aber diese Quest ist sozusagen am Arsch der Welt. Also ganz weit weg. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht antanzen, weil... Da ist unsere... Unser Level noch ein bisschen sehr mickrig. Bisschen sehr klein. Denke ich mal. Also wenn der Ladebett schon durch ist, kann ich euch das gerne zeigen. Ich hoffe mal, dass wir da gleich mal... Da ist es doch so hoch. Das ist wunderschön. Ja, ja, Freunde. Was ist das feiner? Stufe 8. Und hier? Stufe 8. Okay, alles klar. Wir sind auch... Wir sind Stufe 9 schon. Hallo, wir sind Stufe 9. Was cool. So, wir gucken mal kurz an die Karte. Und zwar... Unser nächste Quest ist... Wir sind hier. Unsere nächste Quest ist ganz da oben. Da oben sollen wir hin. Und das ist ein ganzes Stück. Also ich denke mal, da brauchen wir uns noch nicht so beeilen. Wir sollten auf jeden Fall erstmal uns... Da sind wir schon gewesen. Wir sollten uns hier, glaube ich, hier ein bisschen umsehen. Da ist nämlich was. Die Fürstin. Was ist denn das? Sollen wir da mal hinreiten? Ich weiß nicht, was dieses Fragezeichen bedeuten soll. Wir reiten da mal hin. Wir reiten mal zur Fürstin. Mal sehen, was da los ist. Ach, wir reiten. Aufs Pferdchen. Und da reiten wir da mal hin. Wollen wir mal mal sehen, was die Fürstin dazu erzählt hat. So. So. Der Nebel hat sich verzogen, Entseelter. Der Pfad vor uns wurde enthüllt. Er ist dunkel und verworren. Kommt zur Zuflucht. Wir haben einen unerwarteten Gast, der nach eurer Anwesenheit verlangt. Was? Schon wieder? Ist das jetzt eine... Okay, dann reiten wir nochmal zurück. Ist das jetzt eine Verraschung oder was will das werden? Auf jeden Fall reiten wir nochmal zurück. So. Nochmal zurück. Naja, gut. So, pass mal auf. Runter von... So, nochmal zurück in die Zuflucht und dann nochmal mit ihm sprechen. Irgendwas hat er doch wieder da zustande gebracht. Ich bin mal gespannt, was das sein kann. So. Mit dem Propheten. Hätte er das nicht gleich sagen können, hätten wir das irgendwie gespart. Das haben wir, glaube ich, schon zweimal gehabt, ne? Der ist ziemlich... Da ist doch Besuch. Ähm... Ab nur Tarn. Da ist er doch. Okay, dem Propheten. Was sagst du? Wir haben einen unerwarteten Gast, entzählter. Was macht denn Tarn hier? All meine Versuche, Saisa Han mit der Kugel der Zwiesprache zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt. Ach, schuldigung. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, es mit einem direkteren Ansatz zu versuchen. Also habe ich sie zu ihrem eigentlichen Zweck benutzt und bin mit Ab nur Tarn in Verbindung getreten. Okay, ist er denn, äh, zu einer Zusammenarbeit bereit? Er hat eingeräumt, dass er weiß, wo Saisa Han ist. Aber er will den Ort nicht preisgeben. Er verlangt, mit euch zu sprechen. Persönlich. Na, dann mal los, mein Freund. Hau rein. Wir sind da. So sehen wir uns wieder, Entseelter. Ich möchte mit euch über ein paar durchaus dringliche Dinge sprechen. Und was ist denn los? Manimako und sein elender Meister haben finstere und schreckliche Pläne für diese Welt. Wenn ihr sie aufhalten wollt, müsst ihr das Amulett der Könige finden. Doch um das Amulett zu finden, müsst ihr erst Saisa Han ausfindig machen. Na super, das ist doch schon wieder gar nicht mal schlecht. Und ihr wisst, wo er ist. Natürlich weiß ich das. Und vielleicht bin ich sogar gewillt, diese Information mit euch zu teilen. Für den rechten Preis. Das will er auch noch Geld haben, wa? Iklausche. Wenn Manimako von unserer Unterhaltung erfährt, wird er mich hinrichten lassen. Ich bin eine Gefahr für ihn. Ich weiß zu viel. Daher bitte ich ab nur Tarn, Kanzler des Ältesten Rats, Herrscher über Nibenei, formell um Asyl. Asyl? Machst du Witze oder wat? Sehe ich aus, als ob ich zu Scherzen aufgelegt wäre? Es gibt einen Punkt, an dem selbst die Treue eines Patrioten über Gebühr beansprucht wird. Wenn die Dinge, die er getan und gesehen hat, mehr sind, als er ertragen kann. Werde ihr zu uns stoßen? Wenn ich das nur könnte. Bedauerlicherweise bin ich aber gewissermaßen in Gefangenschaft und müsste dringend gerettet werden. Auch das. Mein Vorschlag lautet daher wie folgt. Wenn ihr mich aus Manimakos Festung rettet und mir Asyl gewährt, werde ich euch im Gegenzug Sizerhans Aufenthaltsort verraten. Na, wenn das mal nicht ein Trick ist, oder? Es könnt ihr nicht. Und es wäre töricht von euch, mir vollkommen zu vertrauen. Doch es ist nun einmal so, dass ihr mich brauchen werdet, um Sizerhans zu finden, während ich wiederum meinen Kopf auf den Schultern behalten muss, um für den Fortbestand des Kaiserreichs zu sorgen. Wir haben beide keine andere Wahl. Ich verstehe voll und ganz, worauf ihr hinaus wollt. Tarn hat recht. Wir haben in der Sache keine große Wahl. Ihr könnt das nicht ernst meinen. Wie können wir ihm überhaupt vertrauen? Wie unser Besucher so wortgewandt sagte, können wir es nicht. Aber wenn wir Sizerhans finden wollen, müssen wir. Geht mit dem Entseelten, Lyris. Rettet Tarn. Gebt ihm die Chance, sich selbst zu beweisen. Er könnte euch überraschen. Na gut. Dann gehen wir mal. Kalthafen. Auf geht's nach Kalthafen. Na, ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Das Schloss des Wurms. Ach, du grüne Neune. Der sieht ja schon mal sehr nett aus. Der scheint ordentlich was abzukönnen. Also, ich hoffe mal, wir haben da ein bisschen Chance. Oh, oh. Ihr könnt nicht gleichzeitig sprinten und Fähigkeiten einsetzen. Ne, das ist schon, das haben wir schon festgestellt. Das haben wir schon festgestellt, ja. Na. Ich bin mal gespannt. Portal zur Zuflucht, alles klar. So, wir sollen. Abnotar, mein Freund, hau rein. Was willst du wissen? Ihr scheint in Bitterarm angekommen zu sein. Einer Barackensiedlung der Seelenberaubten von Manimacos Schloss. Bitterarm, ja, das passende Name, was? Wie kommen wir hinein? Glücklicherweise ist Manimaco gerade mit einem Botengang für den Dädrischen Fürsten beschäftigt. Die Garnison des Schlosses ist nicht im Alarmzustand. Daher sollten wir nur auf begrenzten Widerstand stoßen. Das Haupttor ist verschlossen, aber es gibt zweifelsohne andere Wege, die man nehmen kann. Zum Beispiel? Ihr seid hier der Held, oder etwa nicht? Lasst euch etwas einfallen. Ja, gut, wir werden irgendwas finden. Na, super. So, Lüris. Du bist auch noch mal schnell. Was für ein Sceva. Lasst euch etwas einfallen, sagt er. Ich fass es nicht, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, um diesen Scevigen Horka zu retten. Sceva, diese kleinen Ratten. Irgendwelche Vorschläge? Raffinesse und Heimlichkeit sind angebracht. Wir wollen ja nicht die ganze Schlosswache am Hals haben. Nö, das ist richtig. Und meinte er nicht, das hier wäre eine Siedlung von Seelenberaubten? Vielleicht können wir jemanden finden, der sich hier auskennt. Dann machen wir uns mal besser ans Werk, würde ich sagen. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einfängt. Stimmt, hast du wohl recht. Gut, dann werden wir mal Bitterarm betreten. Bitterarm, wie der Name schon sagt. Das sieht wie Bitterarm aus. So, was sollen wir denn machen? Ich gucke mal kurz auf die Karte. Sprechen mit dem Sklaven. Sprechen mit den Sklaven. Okay. Was haben wir denn da? Der ist irgendwie nicht so ganz da. Haben wir hier drinnen irgendjemanden? Da ist jemand. Mit der können wir reden. Wer? Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Oh, du siehst nicht mehr ganz frisch aus, würde ich sagen. Was? Entspannt euch. Ich möchte doch nur einen Weg in das Schloss finden. Geht weg. Sonst rufe ich die Wachen. Sie werden... Sie werden... Wahrscheinlich werden sie mich dann auch holen. Geht einfach. Lasst mich in Ruhe. Ach, du Schande. Ihr seid ja ziemlich... Okay. Was haben wir denn hier? Getränk nehmen. Welche Milchflasche? Nee, wir haben die nicht. Was haben wir hier denn? Achso, das haben wir schon. Ihr seid nicht echt. Ihr könnt nicht echt sein. Die einzigen echten Leute hier sind die Würmer. Na, okay. Gut. Was haben wir im Kessel? Durchsuchen. Borsch. Oh, das Borsch drin. Borsch nehmen wir mit. Borsch wird immer gebrauchen. Wer weiß. Wozu? Das haben Brot. Verdorbene... Nee, das brauchen wir nicht. Verdorbene Navigungen brauchen wir nicht. So, was haben wir noch hier? Korb. Nein, brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Ach, Mensch. Das wollte ich doch nicht mitnehmen. Salzreis nehme ich auch nicht mit. Ja, ja. Gewürzsack. Gewürze. Nehmen wir doch mit. So, wir schauen uns weiter um. Ach, da ist jemand. Mit dem soll man sprechen. Da ist jemand. Hallo. Farmer. Farmer. Möchtet ihr etwas kaufen? Farmer Sarr hat Steine und Dreck und Knochen. Es ist schwierig, ein Händler in Bitterarm zu sein. Naja, gut. Ich meine, mit dem Kram wirst du auch nicht reich werden. Ich muss einen Weg ins Schloss finden. Kennst du einen? Mit den Füßen zuerst. Das ist der schnellste Weg hinein. Fragt Catwell. Dieser verrückte Bastard scheint hier jeden Winkel zu kennen. Aber beeilt euch lieber. Ich habe gehört, sie hätten ihn gerade erst in ein Gebäude am Wasserlauf gejagt. Na super, am Wasserlauf. Warum bin ich nicht überrascht, Catwell hier zu finden? Er kommt auf jeden Fall viel rum. Catwell? Wo? Wo hast du den denn gesehen? Okay, wir sollen wohin? Ich gucke mal, ich habe die Karte auf. Die Karte sagt uns ja, wohin sollen. Findet Catwell da vorne, ich sage. So, mein Freund. Oh. Fleisch. Was heißt das Ding? Adronach. Okay, also vielleicht sollen wir mit dem nicht ganz so ganz dicht dran rücken. Ein bisschen Platz lassen wäre gut. So, wo soll ich denn hin? Da ist noch jemand, der böse ist. Wir müssen da an vorbei. Ach Gott. Gut, dann müssen wir mit dem mal eine Runde kämpfen. Wir nutzen ja nichts. So, wir haben unseren kleinen Helfer. So, wir wollen mal loslegen hier. So, meine Freunde, der ist noch nicht. Bitteschön. Ich bin mit der Hände noch einen, den wir mal angemacht haben. Erledigt auch, hier ist noch jemand. Was ist wieder? Komm, der war guter. Den kriegen wir auch klein. Kein Problem. Den haben wir auch fertig. So, was hast du denn dabei? 19,000, die lieben wir doch mit. Von dir da auch. So, dann gehen wir mal rein. Tür ist ja nur offen. So. Ach, du schon, der darfst du uns das noch jemand? Was macht ihr, der Einbringliche? Vielleicht, wenn ich so viel Wind machen soll. Autsch. Oh. Aua, der hat uns ja auch nicht an. Alter, der hat ja auch nicht was gegeben. Schneller, stark. Alter Schwede. Mein lieber Mann. Wegschreien. Ach, du Grüne, meine. Wir können noch wieder zurückgehen, aber... Ähm, das wollen wir ja noch nicht tun. So, pass mal auf. Ich gucke kurz auf die Karte. Da müssen wir hin. Wie kriegen wir den, den Kleinen, den Knecht? Alter Schwede, der ist ja ziemlich... Ja, aber den müssen wir jetzt mal ausschalten, da. Oh, das hat ja... Das ging gut. Alter. Ich frage mich, wofür wir Eiter brauchen. Alter, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Aber wie kriegen wir die Kleinen? Das ist die Frage. Haben wir es jetzt? Nein, haben wir nicht. Da vorne ist noch jemand. Wächter. Cornelius. Alter, müssen wir den Kleinen machen? Müssen wir wohl sicherlich. Was macht ihr hier? Eindringlinge! Was macht ihr hier? Eindringlinge! Ich muss nur noch mehr bewegen, glaube ich. Autsch, Autsch. Du musst mir auch helfen, Liris. Sonst wird hier nichts werden. Sonst kriegen wir ihn hier nicht klein. Das wird echt... Das wird ein schwieriges Unterfangen werden mit uns hier. Lauf doch. Lauf doch! Ja! 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 So, mit vereinten Kräften muss es doch zu schaffen sein. Ja, bestimmt. So, mein guter. Fertig. Alter! Man muss sich nur bewegen. Das ist der Trick an der Sache. Ja. Ja. Ich habe großartig reden hier. Ich weiß. Wannstrahl zu suchen. Was haben wir denn? Melone. Den nehmen wir auch mit. So, mein guter. Catwell. Was hat es zu erzählen? Pottsblitz. Genau zur rechten Zeit, würde ich mal sagen. Liris bezaubernd wie immer. Und ihr? Ihr seht ganz schön fidel für jemanden aus, der, wie soll ich sagen, im seelischen Bereich etwas schwach aufgestellt ist. Ja, im seelischen Bereich. Ja, du kannst gut reden. Sir Catwell. Was macht ihr denn hier? Wo immer die Kräfte des Bösen den Unschuldigen schaden, wo immer Seelen gestohlen und ihrer Körper beraubt werden, wo immer die Menschen um Gerechtigkeit flehen, dort bin ich. Ich meine, diese ganze Sache von wegen ewiger Knechtschaft ist doch schon ziemlich übel, oder? So, muss ich auch sagen. Wir müssen einen Weg ins Schloss finden. Hast du eine Idee so ziemlich? Heidi Bellas Strumpfband. Warum das? Eine herrliche Anlage, keine Frage. Aber sie ist völlig von wütenden Kultisten überlaufen, die doch recht große Waffen dabei haben. Also wir müssen Abduotan retten. Das ist eher ein bisschen kompliziert. Ich verstehe, ich verstehe. Eine Rettung also. Nun, das ist natürlich ein ganz anderes Paar Stiefeln, nicht wahr? Uh, richtig. Es gibt eine Zisterne, deren Abfluss zum Wasserlauf führt. Die Tür ist verriegelt, aber so etwas hat mich noch nie aufgehalten. Warum trefft ihr mich nicht dort und wir schauen uns das mal an? Super Idee. Vielen Dank, Catwell. Sir Catwell. So kommen wir vielleicht am besten hinein. Ja, wenn er schon vorschlägt, ne? Dann würde ich mal sagen, das ist ja schon eine tolle Sache. So, was haben wir hier noch Feines? Irgendwann, ähm, ähm, ne Fässchen. Weiß. Das nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, wie wir das gebrauchen. Was haben wir hier noch? Ein Körbchen mit Gegenselten. So. Haben wir noch irgendwas Tolles? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was? Nein, aber wir wollen nicht mit dir reden. Wir brauchen einen Rucksack. Alter, einen Rucksack. Klares Wasser brauchen wir nicht. Wollen wir nicht haben. Haben wir noch irgendwie tolle Sachen? Nein, ist nichts mehr. Alles klar. Hier auch nicht. Hier niemand? Nee, alles ist nichts mehr. Hier ist noch ein Schränkchen. Bandschrank. Durchfluchen. Korund. Korund kann es behalten. Brauchen wir auch nicht haben. So, Freunde. Wir gehen mal raus in die frische Luft. So. Wir müssen wohin? Zack. Da oben. Irgendwo da. Geht zur Zisterne. Da sollen wir hin. Zur Zisterne. Und, Freunde, das werden wir machen. Auf jeden Fall. Und zwar in der nächsten Folge. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.